Da machen wir das einmal auf der Liste. Wo haben wir denn den Oberschenkelknochen? Oder müssen wir den da? So, ja, wie gesagt. Der ist Hobby. Ah, wir haben... also... Ah, Brüsel minus haben wir schon gemacht. Ich muss so... Ah... So... Ja, machen wir aber trotzdem mal alles aus der ersten Liste, hätte ich gesagt. Dass wir da wirklich alles probieren, was geht. Schaut gut aus, dann zeigen wir mal ein bisschen Qualität da, der Hilt da. So, dann machen wir gleich die Fähigkeit dann auch noch. Damit ein bisschen mehr Qualität herrscht. Ah, du Schlampe, du. Passt. Geschafft. Ohleloi, nice. Ruhige Hand. Uh. So, Kupferbahn haben wir... Kupfer... Draht, Ringe. Kupferdrahtringe sollten wir dann... Okay, da müssen wir dann doch noch ein paar... Was machen, oder? Weißt du was? Ja... Wir sind jetzt gerade dabei. Ah... Au! Ja, ist gut gesagt. Ah, das macht man, glaube ich, jedes Mal vor der Fertigung, zum Beispiel. Damit das ja auch schön gut wird. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich mehr draus machen könnte, nicht nur ernst. Was? Wie schauen wir denn aus? Ja, hoffen wir es mal, dass das halt auch ausreichend ist dann. Vielleicht die Qualität ein bisschen steigern. Ideal. Kleine nochmal, was so schön ist. Kleine nochmal, was noch schöner ist. Kleine nochmal, so wie es noch schöner ist. Normal. Perfekt. Ja, da kann man sich schon... Sandstein brauchen. Alles klar, vielleicht kriegt man das ja dort. Wieder bei uns an. Was ist denn? Äh, Alvis! Äh, über der, wo war die? Nee, 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 da war... Oh, es ist voll bei der wo wir eben alles. Ah, immerhin! Kostnimmaterial nicht zu viel. Jawohl! Ach gut, dann machen wir mal unser erstes Mal Stufe 6. Der Ding. Machen wir mal lieber die ruhige Hand. Ah, sind 18, so denke ich hier lockerflockig gehen. das nächste so ruhige hand klar mal lieber den dann machen wir da zur qualität vorringen muss ja was was werden oder ruhige handel schmeier ruhige handel schmeier passt was wertig über die ruhige hand perfekt stufe 10 kennen wir meister die mission haben wir schon stufe 10 können wir meister perfekt so haben wir vor dass man gerade welche gemacht haben die hübschen gildermeisterin hat alles immer noch mal gewillt ansehen die es bei mir ist nur dann gebühre sie nix hat der dummer ist erklärt mal ein paar kupfer bahn wieder nachbestellen das erste zahl der kundschaft aber machen wir dafür alle 20 scheiß auf wieviel ich auf vorrat habe scheiß drauf so kupfer bahn jetzt brauchen wir auch ein paar wir sind eigentlich eh wurscht ich sag's wie also machte ich auch automatisch das ist dann gut es ist dann eigentlich machen kann es eigentlich dann einfach im prinzip scheißen gehen irgendwas anders machen oder die leute bei zuschauen du machst es darauf gemütlich schlecht du ist eigentlich die ganze zeit eigentlich was aber was im endeffekt und eigentlich komplett was anderes so wieviel haben wir denn überhaupt ein stück mit brauchen wir haben definitiv ein schein zu wenig kauft und kupfer bahn brauchen wir sowieso eine menge also sehr wurscht machen wir doch mal bis die zahl zu ende geht preis ist ja eben es wird der ganze scheiß passt das ist schon mal gut so zähne draußen musste sie ja so kann man währenddessen ah ja da kann man währenddessen was machen okay das ist wahrscheinlich schielt ja okay das war dann klar ja das sieht man sie auch okay also handwerk und sammler das ist das zimmermann grobsch mit platner gerbe wie war ich damit definitiv genug da war schon fertig na dann sagen wir fertig perfekt aber gleich die kupferdrahtlinge wie viel baume denn wir brauchen genau elf stück aber musst du sie brav 460 das haben wir schon wieder nächste stufe schlüssel gegenstehen hat das sieht man dann wurscht ach du scheiße es geht bis 80 ach du scheiße aber ich glaube das geht wenigstens definitiv ein bisschen schneller hier also das gefühl es geht dann wenigstens ein bisschen leichter einst brauchen wir dann auch die nächste aktivität dann was haben denn da schon ist dann machen wir mal die ruhige hand ein bisschen noch leichter gemacht wird alles klar so erledigt let's go alle alle bestellt wie man das auch sehen kann aber ja hey nice Oh! 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 Ah, gut zu wissen. Na dann schauen wir, okay, haben wir beim Voper. So, Rupert, da bist du ja, servus. Wiederschön. Oh, da hat noch einmal die Rechnung zu. Das ist halt noch super, Alter. Alles aufgereiden, oder was? Dann kriegen wir überhaupt das Geld dann von ihr. Wenn er etwas davon sagt, ja, ja, wir machen das schon, dann kriegt man das Geld nicht. Ja, ja, was nehmen wir denn? Ich glaube, da sehe ich die meisten Fortschritte mit der Kopfbedeckung. Okay, da wird natürlich gleich mal verlangt wieder Stufe 15. Und das, wenn ich sowieso gesagt habe, dann kann man ruhig zum Minenarbeiter dann weitergehen. So. Ah. Okay. So. Vielen Dank.